Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer frischen Folge Minecraft zusammen mit Ben. Hallöchen. Hallöchen. Ben weiß selber noch gar nicht, was hier heute in der heutigen Folge so abgeht. Ja, Gott. Was? Das weiß ich schon. Wom geht's denn? Also ich weiß nicht genau, aber ich weiß, dass es um bunte Special-Erze geht. Oh yeah. Weißt du, was diese Special-Erze sind? Das sind Lucky-Block-Erze. Ja. Und wir müssen hier, wir sind hier in so einem kleinen, schicken Dorf gespawnt. Wir müssen hier erstmal eine Miene finden. Also gut, ich habe die Miene selber gebaut, deshalb weiß ich, wo die Miene ist. Ich muss sie finden. Ich weiß nicht, wo sie ist. Oh ja, Ben, wie glücklich. Aber du bist in die Richtung gelaufen, dann würdest du irgendwo hier sein. Äh, ja. Wollen wir jetzt mal Essen organisieren, Alter? Ah ja. Hab Essen gefunden. Ja, und wir bräuchten natürlich auch ein paar Holzer, weil wir brauchen, um dieses Lucky-Block-Erz abzubauen, brauchen wir eine Eisenspitzhacke. So, Ben. Ich besorge hier das Holz. Hab auch schon. Du kannst ja Bären sammeln. Die Super-Bären. Die Bären sind richtig krass geil, Alter. Ja, du brauchst für 10 Stück, um einmal deinen Leistung vollzukriegen. Ja. Ja, ist so. So. Ist so. Fische. Füß. Ja, Ben, du hast... Fischis. Du hast aber immer noch nicht die Mine gefunden, muss ich sagen. Ja, weil... Ja, ich suche auch gerade ein Rest. Puh. Na gut. Wir müssen das auch vorbereiten, ordentlich. Na, Lübe. Wobei, da kann der State auch Essen rauskommen. Ben, Ben, alles in Ordnung. Ich hab für Essen schon gesorgt. Ich hab zwei Bären. Jetzt hab ich... Ich hab... Ich hab... Ich hab... ... vier Bären. Ich hab ohne Witz jetzt essen. Sechs Bären. Oh, und ich bin in so einen Bärenbusch reingelaufen. Also kann ich direkt eine Bäre essen, um viel Erfolg zu wählen. Ich hab jetzt ohne Witz. Ich hab genug Essen. Das ist praktisch. Ey, Pferde. Da bin ich gerade. Ja, ja, ich hab dich da gesehen. Ich wollte dich nur mal kurz besuchen. Aber ich hab Steine. Warte, ich mach dir eine Steinspitzhacke. Dann geht das hier rucki zucki, Leute. Und dann finden wir unser erstes Lucky Block Erz. Und Ben, ich würde schon sagen, dass wir halt am Ende... ... ein kleines, schickes Battle machen, oder? Ja, wenn du verlieren willst, na ja. Hilfst du was? Ja, ja, ich hab schon Bock auf verlieren. Verlieren macht ja auch Spaß, Leute. Ist schon nice. Ist schon geil. Bist du jetzt? Der erste von hinten. Ja, ich bin hinter dir. Warte, hier, guck mal. Oh, clever. Wie ein Profi, Alter. Meister. Wo ist denn ein Drittes? Ich weiß, wo ein Drittes ist. Ja, jetzt lass dir kurz warten. Ja, ich mach mal kurz unsere Utensilien. Utensilien. Hier hast du einmal. Und da hab ich auch einmal. Oh, Elina, mir geht's um die Grad nicht so gut, würde ich mal sagen. Ach, dann hat sie halt nicht hin. Ha, ha, ha. Verkackt. Ist das schon... Ich wollte fragen, ist das schon roh? Ach, hier. Das fliegt weg, wenn's fertig ist. Deine Spitzhacke. So, ich suche jetzt die Mine. Jawohl. Ist ja irgendwo hier bestimmt. Die wird ja nicht so weit weg sein. Na, wobei, könnte schon weiter weg sein. Ben, versuch meine Gedanken zu lesen. Du bist einfach in die Richtung gerannt, bis du in die Höhle gesehen hast. Dann hast du die ausgebaut. Ich hab keine Höhle gesehen. Das ist eine waschechte Mine, Alter. Mit richtigem Mineneingang. Ja, dann ist es hier den Weg lang. Hier gibt's viele Wege. Oder hier im Haus. Das können wir mir auch vorstellen. Nee, nee. In einem Haus ist es nicht. Das gebe ich dir als Tipp. Hier. Hier den Weg lang. Ich sag... Okay, der Weg hört hier einfach auf. Kalt, kalt, ganz eisekalt. Ein bisschen wärmer. Joa, ein bisschen wärmer. Warm, warm. Warm, warm. Wird wieder leicht kälter. Immer noch. Immer noch. Wichtig? Joa, ohne Witz. Nee, dann hier. Warm, warm. Ah ja, warm ist gut. Oh, abgedriftet vom Weg. Alter, hier ist so eine Rampe. Eine Rampe. Kalt. Oh, immer noch. Äh. Ah, ich bin ganz unangefallen. Warte kurz, warte kurz. Ich kann nicht sagen, wie warm und kalt das gerade ist. Oh, nein, ich kann nicht kalt. Scheiße, scheiße. Kalt, immer noch. Äh, wo soll das denn sein? In der Mitte? Nein, du warst auf dem richtigen Weg. Aber du gehst irgendwie immer falsch. Keine Ahnung. Leute, die unterhalten sich. Ja, warm, wer war... Oh. Ja. Da war ich doch. Da hast du gesagt kalt. Du bist... Nein, du bist vorher vom Weg abgekommen. Ah, hier. Hey, ihr habt es gewohnt. Hier geht es runter. Ohne Hilfe. Aber wir brauchen natürlich erst mal das Eisen. Und ich würde sagen, sobald wir beide eine Eisenspitze haben, setzen wir einen Timer. Dann geben wir uns ein bisschen Zeit. Und dann machen wir das Battle. Ja, Mann. Hä, war hier nicht noch ein Eisen? Oder bin ich blöd? Ah, hier ist ganz viel Eisen. Oh nein, was geht ab? Oh nein, so eine blöde Spinne. Was brauchen wir? Nur eine Eisenspitzhacke. Nur eine Eisenspitzhacke. Ich habe fünf Eisen. Ich habe... Oh, ich habe noch mehr Eisen. Ich habe auch... Ich habe sechs Eisen. So, dann reicht doch. Dann würde ich sagen, auf die Öfen. Auf die Öfen. Auf zu den Öfen. Bedeutet. Auf die Öfen heißt es. Wie viel Zeit gleich den Linksbums bekommen haben. Drei. 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 Kriegen wir direkt los? Nein, noch nicht. Ich muss erst mal einen Timer haben. Ich würde sagen, wir geben uns zehn Minuten Zeit. Bist du ready, Ben? Ich bin ready. Auf die Plätze. Fertig. Zehn Minuten laufen ab jetzt. Für die optimale Lucky Block Ausrüstung. Los geht's. Alter, ich habe ein Buch. Das bringt mir nichts. Ich habe schon welche. Ich habe schon welche. Alter, zwei Dias. Zwei Dias schon bekommen. Eine Dias Spitzhacke. Es läuft 1a. Ben, ich muss dir noch einen kleinen Tipp mit auf den Weg geben. Es gibt Lucky Blöcke. Die sind einfach... Okay. Es gibt Lucky Blöcke. Die sind ganz normale Lucky Blöcke. Alter, ich habe mein ganzes In- und Tag gerade verloren. Ich dachte, alles ist gelöscht. Aber es gibt auch Lucky Blöcke. Die werden einmal gewürfelt. Dann würfelt er aber noch eine Runde. In der Hoffnung, dass etwas Schlechtes rauskommt. Also das ist so eine Art Unlucky Block. Okay. Ich habe gerade einen Goldapfel bekommen. Aber nicht aus einem Block, sondern aus einer Geste. Ja, moin. Ben hat das Spiel überlistet. Ich habe schon fünf Diamantos. Ich habe vier. Vier schon? Und eine Dia-Axt mit. Ach, schade. Oh, ich... Ich habe gerade Blindheit. Ist nicht so gut. Kann ich gar nicht sehen hier. Oh, das ist ein Negativer. Der ist explodiert. Oh, ich habe schon wieder meine Spitzhacke verloren. Oh, ein Dia. Neun Dias habe ich. Neun Dias, Alter. Oh. Ein bisschen Leck. Ein kleines bisschen Leck. Das war so richtig geile Sachen. Ich habe es ja nicht rausbekommen. Oh, das ist ein Piss, Alter. Ne... Ne... Oh, schade. Oh, schade. Das habe ich leider nur ein paar Sekunden. Oh, ich glaube, ich sollte trotzdem noch ein paar Eisenblöcke abbauen. Ja, mache ich auch. Oh, mein Gott. Oh, vergiftet. Oh, nein. Ja, me too. Mir kommt es zuvor, als würde gerade nur ein und dieselbe Person spielen, weil alles, was sie tun, passiert zeitgleich. Ich habe mega viele Effekte, ey. Oh, ich muss... Gute, aber auch schlechte. Oh. Ich merke jetzt erst, wie... Nein, nein. Nicht hauen. Nicht hauen. Ich hasse dich. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich bin... Ich bin mega krank. Ich auch. Vergleist meine Vergiftung weg. Ich muss mich ganz schnell, aber richtig schnell, ein Schwert croften. Oh, ich war teleportiert und bin jetzt irgendwo. Das ist unlucky. Das war kein Lucky Block. Er teleportiert ja aber bestimmt in die Nähe. Ah, ja. Ah, hier war der Ben. Weil hier sind nämlich ein paar Fische. Äh. Hat sich hier gerade was hingebaut? Ah, Gott sei Dank stand ich da nicht drüber. Okay, hier war auch nichts spannendes. Alter, ich habe eine Enderperle. Let's go, Enderdrache. Eine Enderperle. Oh, manchmal kriege ich einfach nichts raus. Das ist voll doof. Okay, gut. Ich habe elf Nias und wir haben noch sechs Minuten zwanzig... Oh. Zwanzig Zeit. Da kam einfach mal ein Skelett so vorbei. Ist hier was in der Kiste? Nein. Hier liegen aber Hühner rum. Alter, wie viele Spinn-Spawner sind hier denn? Noch ein Gold dafür. Hehehe. Oh, Mann. Geh weg. So. Ich habe gar keine Erze mehr. Ich habe noch welche. Ich habe die Special Erze. Oh, Kühe. Ein Diamant. Ein Prima-Mant. Ja. Strange Glowing Chart habe ich bekommen. Dann wie viele? Ähm, ein. Ich kann mir dafür eine Schaufel machen. Was kannst du, hm? Ein Wert. Hehehe. Oh. Ich habe mich jetzt auch weggepeht. Aber. Alles gut. Ich weiß noch, wo ich bin. Ich habe meine Eulen. Ich habe zwar Bücher, aber wir haben noch hohe Verzauberungen, aber nichts, was man gebrauchen könnte. Goldene Apfel habe ich jetzt auch in der Kiste einfach gefunden. Hoher Kabel, ja. Oh, Mann. Moin. Moin, Ben. Wie kommt es so vor, als würden Dias irgendwie mehr und mehr werden, so mit der Zeit? Ich habe 17 Dias. 24. Was war das für ein Geräusch? Ah! Bin auch gestorben. Ich will noch mehr Charts, damit ich mir noch zusätzlich zu dem Schwert einen Helm oder so machen kann. Das wäre echt geil, Alter. Ich hätte gerne überhaupt noch mal so einen zweiten Chart, weil ein Chart zu haben, ist echt deprimierend. Das ist echt ziemlich witzlos, ja. Die scheinen selten zu sein. Ja, die sind mega selten. Ich habe keine Blöcke mehr gehabt. Oh, Leute, ich habe eine Diamant, eine Pferderüstung. Hier sehe ich jetzt diese Creeper-Blöcke. Oh, ja, ich sehe auch gerade... Oh, der war unlucky. Der Hunger bekommt man auch. Oh, Mann. Ah, Sackgassen über Sackgassen und keine Herze. Ich fange mal an, jetzt hier Eisen abzubauen. Warum das denn? Meine Dias reichen nicht für eine volle Rüstung. Meine schon. Meine schon. Meine schon. Ich glaube, ich crafte mir jetzt schon einfach meine Sachen. Wir haben noch eine Minute elf, Ben. So, okay. Nein, nein! Gott, war das knapp. Alter, da hätte beinahe ein Creeper alle meine Dias gesmashed. Ja, aber... Ja, doch, ich mache das Zeltenschwert, ne? Let's go. So, dann mache ich mir eine Post-Plo-Re. Und eine Hümbelsee. Buff, buff. Dann mache ich mir einen Bogen. Ich habe zu dir keine Pfeile, aber... Jolo. Okay, 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 okay. Bitte. Schalt. Nein. Schalt. Kein Baum. Ich will doch keinen Baum. Nur noch elf Sekunden, Ben. Oh, oh. Verdammt. Jetzt komme ich auch an keinen mehr. Ja, Leute, das war's, das war's. Bin ich schon hier am Ausrüsten. Ich habe gar nicht mehr probiert. Ich hoffe, ich hoffe, wir konnten das Battle reißen. Ah, ärgerlich, dass wir nur einen Chart bekommen haben, aber... Ja, ich habe auch noch einen, aber den kriegst du nicht. Okay, Leute, wir sind beide ready für das Battle. Ben hat sein cooles neues Schwert, Alter. Darf ich mal kurz gucken? Ich will nur kurz gucken, Alter. Ja, hier, das Hassschwert. Das Hassschwert. Das sieht schon krass aus, Leute. Okay, Ben, bist du ready? Bin ready. Wer, wer zuerst... Wir machen Best of Three, ne? Ja. Alles klar. Der Kidz hat, ist der King in Ring. Genau, ist der King in Ring und kriegt 30 Donuts. 30? Deal. Oh, das hat Spezialfähigkeiten. Oh, das sieht gut aus. Das sah gerade eben... Oh. Nee, nee, nee. Oh, ich brenne selbst. Oh, oh. Ah, da wurde er gerettet. Nein. Ja, das war so krass. Ich habe beide Golderzüge verbraten, Alter. Shit, shit. Beide verbraten, Alter. Okay. Oh, was? Du bist ein... Du bist ein Feuer gewesen, er brengt nicht. Oh, ich weiß, ich weiß. Jetzt aber schnell. Oh, nein. Okay, jetzt, jetzt ist... Hä? Hehehe. Hehehe. Oh, ich habe gegen Gras geschlagen. Oh, deine Waffe... Das ist deine Waffel. Weißt du, du brennst richtig. Meine Waffel? Ich habe einen an der Waffel. Ich brenne. Wie kann das sein? Ich brenne. Ich schaffe das. Nee. Das mache ich nicht mit. Nein! Ja! 12. 100, 12. 100. Oh, Mann. Oh, Gott. Wenn das nicht das Schwert haben, war es ziemlich knapp eigentlich. Ja, das stimmt. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ihr ja noch einen Daumen nach oben da... Darauf würde ich mich riesig freuen. Lasst doch unbedingt ein Abo da. Darüber freue ich mich umso mehr. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag morgen Abend. Haut da rein, Leute. Ciao. Ciao.